Eine Demo für saubere Luft des Bündnisses Stuttgart Ökologisch-Sozial SÜS auf der B14 hat gestern bei bitterkaltem Wetter nur wenig Zuspruch gefunden. Für die Aktion wurde für mehrere Stunden die B14 für den Autoverkehr gesperrt. Das bot Platz für andere Aktivitäten. Das Bündnis setzt sich unter anderem für mehr Fuß- und Radverkehr ein.